Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Atomic Heart So Gut, wir nehmen hier ein Prelz mit Ja, ja Was wir finden Aber dann sehen wir weiter Ist das Poligär? Ja Es kommt mir so vor, als wären wir hier schon mal gewesen Ja Und so etwas kennen wir ja Hm Da drüben Hm Okay Das ist sehr verdächtig Das kommt Mir sehr spanisch vor Hm, gut Okay Okay Hm Unseft Und das Teil auf Räder kann man nicht wegschieben Okay, man sieht hier Das ist Glas Hm 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 Was Hm 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 Was man? für ihr das komme ich komme mir gerade so teamlich vor was soll es sein major so eine verbesserung die schock verursacht mehr schaden und wirft ihnen zurück die verplassungen hätten die die vergrößern teil der entladung fügt einem gegen in der nähe schaden zu treffen sekundäre ziele die von einem ketten bis getroffen werden erleiden in dem warten mehr schaden besser läuft es verkürzt und wiederholte angriffe führen zu einem zusätzlichen elektrifizierungseffekt und breche eine polymerisierte gegner mit den wenigen hp in stücke die 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 falsch oder wie ein paar Autorisierung Polymer-Strahl. Ist zu liegen hin? Nee. Okay, Polymer-Strahle. Verwende Polymer und verstärke die Effekte von einfrieren Feuer und Elektrizität. Trage Polymer auf einer Oberfläche auf oder schütze es direkt auf deine Gegner. Ja. So, komm. Gut. getting Ich- Hmm. Hm. Okay, so geht's auch. Wollte ich den hier am wenigsten gut finden. So. Okay, jetzt. Jetzt können wir es weniger. Gut. Aha. Gut. Okay. 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 So geht's endlich weg. so jetzt oder da und die falsche taste aber gut so ist endlich mal weg wieder nach unten und feuer das einfach länger auf oder so das sind wir alles untersuchen wollen wir alles mitnehmen gut aha aber so also und was sind wir hier gut geht nicht auf jetzt geht das auf ja bleibt nicht lange offen okay gut so und hopp ok so okay hopp ich stehe und hopp oh hopp so und hopp und hopp und hopp und hopp and hopp Okay, kann man, ne, das ist ein Glas. So. Oh, hopp. Oh, hopp. Hopp. On. Hopp. On. Hopp. So. Okay. 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 So on. Up. Up. Hopp. Hopp. Und zack. Dass ich das hier übersehen habe. Schön fast peinlich. So on. Hopp. 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 Und zack. Oh. Ich muss natürlich noch den Hebel hier klicken. Okay. Es bleibt doppelt so lange auf, glaube ich. Aha. Die erste Küste. Küste. Kiste. So. Ah. Magazinerweiterung. Gut. Aha. Uh-huh. Uh-huh. Ja, das ist. Gut. Und hier sieht man wieder Blut am Boden. Oh. Das bedeutet. Irgendwo müssen. Oh. So. Aufmachen. Alles aufmachen. Das kommt alles mit. Gut. Gut. Sonst. Nichts mehr. Speichere Daten. Zugang gewährt. So. Ja. Schade. Ich dachte wir hätten jetzt mehr. Polymer. Äh. Polymer-Strahl. Was ist das nächste? Äh. Die Druckkammer, die die maximale Geschwindigkeit des Polymer-Strahls kontrolliert, kann verbessert werden. Dadurch erhöht sie die Reichweite. Aha. Weiterverbesserung. Und. Also das sind alle so Sachen, die ich. Wow. Richtig finde ich das nicht. Finde ich das hier besser. Glaube ich. Mhm. Für die sichere Verschiffung von Robotern in verbündete Länder hat Anlage 3826 den hochstabilen, robusten und wasserdichten Seefrachtcontainer Suchoi entwickelt. Der Container aus hochwertigem Wellblech ist mit der nicht-magnetischen und wasserfesten Polymer-Legierung PTL5 Typ M behandelt. Das verringert die Gefahr einer Sabotage der Frachter durch magnetische Unterwasserminen. Okay. Klingt schon mal gut. Oh Gott. So. So. Okay. Dann sind wir wieder wieder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Okay. So. hier rüber oh suck oh suck oh oh ah don't ah da in der duffel hat sieht man das nicht so gut so okay jetzt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt so aha da drüben und sonst ist hier nichts mehr so sup gut sehr schade was haben wir hier ich Oh, gut. ich weiß zwar nicht das helfen soll aber okay sehr gut 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 sehr gut sonst irgendetwas hier übersehen bis auf das dort drüben in dem wir nicht mehr reinkommen weil es geschlossen wurde so nur mitnehmen gut zack 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 so und so auch wenn ich hier schon ist okay das war es auch schon gut entsprechen wir kurz zugang gewährt ja ja noch nicht ganz noch nicht ganz für den letzten da fehlt noch ein bisschen nicht mehr viel aber das packen wir es gleich das ja guck So, hopp, und hopp, 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 kurz schrauben. So, sieht nicht so aus, als würde hier irgendetwas sein. Okay, wir müssen gleich mal deaktivieren. Eigentlich viel zu einfach, hopp. Hör mal, du gehst mir immer noch auf den Sack. Aber davon abgesehen möchte ich mich bei dir bedanken. Du bist recht nützlich. Alleine hätte ich hier den Verstand verloren. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Kein Scheiß? Natürlich. Du bist meine Batterie. Ah, wir kommen gleich die Tränen. Gehen wir lieber weiter, Genosse Major. Ja. Okay. Und die goldene Truhe. Aha. Und Dominator. Das ist der Fett-Menu. Ja. Oder Fett-Boy. So, gut. Dann wird gespeichert. Und hier. Handschuh verbessern. Und zwar den Polymer-Schild. Ah, ich dachte, wir hätten jetzt genug. Okay, gut. Dann gehen wir nach oben. Dann hätten wir das auch wieder geschafft. Wir machen eigentlich gut. Also, wir kommen gut vorwärts, würde ich sagen. Ich glaube, bald sollten wir ein paar Waffen weiter verbessern. Aber die Frage ist, welche Waffen. Wir kommen gut. Und wir kommen gut. Und wir kommen gut mit dem, klar, die wir haben. Besonders unser Wert hier. So, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile oben angekommen. Und wir kommen gut. Ja. Und das dachte ich dir. gut aber zuerst mal hatte schon das haben ja das nächste ist gleich um die ecke ja 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 das hier können wir es nicht ok einmal kaputt machen können wir es ja auch nicht denn ab geht es nach unten hmm so on suck gut Das ist auch gut. Perfekt. Dann hier rüber gehen und hier mitnehmen. Gut, warum ist das hier abgeschlossen? Ah, weil Sachen drin sind. So. So. Dann sammeln wir hier einfach alles auf. Oh. Ah, und hier noch. Gut, ich würde aber sagen, das war es für diese Folge. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.